Nee, das war nicht gut. Ich weiß noch nicht mehr. Aber auf alle Fälle muss das da drin. Ich glaube nicht, dass... Ja, klar. Ich hab vorhin gesehen, wenn die durchkommen, wenn... ... die Lage ist, das... Das war auch noch ein bisschen der Macher. Ja, das war eine Freude, wenn man das noch brennt zu lassen. Wir kommen da schon aus Frank-Ren-Mann. Und hat das Modell mitgebracht. Ich war selber dabei. Also, das ist immer, das stand da hier vor bis hin. Einmal geschossen, da wurde da wie so eine Lottesleule, so eine Decke von 2 und 2. Und da sind 8.10 Schüsse und 8.10. Und... Ja, es ist ein Leben lang mit dem Röntgen-Groppi-mäßig mit dem Mittelalter. Das hat man historischen Darstellungen also ziemlich viel gebaut. Man hat im Prinzip hier als Marara-Focher-Schnaps-Idee für die Studenten auf dem Baden-Für. Ich auch. Gute Anschlöten. Ja, der Kork ist wahrscheinlich zu leicht. Das Gewichtwellen, der Kork hat. Zeig mir mal die Kugel. Zeig mir mal die Kugel. Der hat es selber noch. Der hat es selber noch. Der ist leider noch. Ah, danke. Der hat auch Meistern. Aufbau und alles. Der lebt auch schon. Der hat auch vorher hier den Display. Der hat auch die Führung. Für die nächste Generation. Der hat auch sechs, achtzehn Mal nach. Der hat uns gespielt. Und er sagt, das kann man auch nicht drauf. Schwere Axt. Ab dem, ab dem, Deckel. Ich will noch mal schießen, ja? Ja. Du mal sagst, ich komme los, in die Tür zu schaffen. Ahaha. Das ist das. Das ist das. Das ist der. Ja, das ist der. Ja. Ich will doch nicht. Ich will doch nicht. Wo? Ich will doch nicht. Sag mir erst Bescheid, wenn sie schießt, ja? Ja, das ist so gut. Super! Hallo! 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 Ja, ja, die finden wir alle wieder. Es ist schon um fünf. Guck, die klitzt mal schnell ins Museum. Vielleicht ist sie jetzt offen. Noch mal schlucken. Schlucken Sie noch mal. Noch mal, etwas länger. Etwas genussvoller. In der Sonne stehen und Bier trinken, das ist schon was. Danke. Kann ich lesen? Das kann ich lesen, aber das zeigt mir. Das ist eine römische Fünf. Machen wir ihn da. Los! Dankeschön. So, ich habe da schon eine gemacht. Die ist schon fertig. Hast du drei Euro? Oder zwei Euro, oder? Ich habe es nicht mehr. Nein. Nein. Wunder. Zeig mal. Na ja, da hast du mich schön beschwindet. Aber komm. Nimm. Und wir erzählen dich damit. Viel Spaß. Hast du? Ja. Hast du? Ja. Na ja, das muss ich mal anderem machen. Ich nehme dich mal wieder mit, bei Gelegenheit. Ja. Fünf? Ja. Du? Das ist eine für Erwachsene. Ja. 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 Na, zum Burgfest führ ich auch immer mal so freche Kinder um den Platz. Bis die artig sind. Genau. Oh. Ja. Ja? Ja. 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 Sehr gut. Ja. 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 Tschüss! Tschüss! Und jetzt geht's los! Mehr mit einer Flaschen-Check! Ein Monitor kauft mehr UV-Strahlen aus! Feierabend!